Auch wenn jetzt nicht der beste Zeitpunkt sein mag, dem PC neue und schnellere Hardware zu verpassen, vielen Dank auch liebe Miner, so ist dies kein Grund, nicht wenigstens über ein schickes neues Heim für den Rechner nachzudenken. Und was wären wir doch für Amateure, wenn das neue Gehäuse nicht über geile LEDs und ein Side-Panel verfügen würde? Und tja, dann gibt es da noch das M908 von Intertec. Also gut, schauen wir uns dieses Gehäuse einfach mal näher an. Aber zuerst, der Fairness halber möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass mir das Gehäuse von Intertec zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Das hat zwar keinen Einfluss auf meine Meinung, aber man kennt ja sonst die Vorwürfe. Jetzt aber zurück zum Thema! Wie unschwer zu erkennen, ist das Gehäuse größenmäßig durchaus eine eigene Hausnummer. Bietet zwar innen viel Platz, nimmt nach außen hin aber natürlich auch ein gutes Stück weg. Neben der mehr als auffälligen Infinite Mirrorfront haben wir eine Seite, die dank Plexi-Groß durchsichtig ist, sodass die vielen RGB-LEDs auch etwas zu tun haben. Obendrauf finden wir Tasten für An-, Aus- und Reset, einen Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, sowie jeweils zweimal USB 2 und 3.0. Die Tasten haben einen sehr, sehr angenehmen und gut fühlbaren Druckpunkt, sodass sich das Bedienfeld durchaus wertig anfühlt. Zusätzlich gibt es noch zwei Lüftersteuerungen, die jeweils drei Lüfter ansteuern können. Ich brauch sowas nicht, aber hey, cool, dass es dabei ist. Schade ist hingegen, dass hier bauartbedingt kein Einschub für ein DVD-Laufwerk vorhanden ist. Und ja, ich weiß ja auch, dass 5-Zoll-Laufwerke immer seltener gebraucht werden. Aber ich bin doch tatsächlich gelegentlich noch darauf angewiesen. Ist also kein schwerwiegender Kritikpunkt, aber dennoch für den ein oder anderen nicht uninteressant. Der Lieferumfang umfasst neben dem Gehäuse selbst noch Kursanleitungen auf Englisch und Deutsch, Kabelbinder, zahllose Schrauben und drei vorinstallierte RGB-Lüfter. Dies sind je 2x120mm an der Oberseite und 1x120mm an der Rückseite des Gehäuses. Die Lüfter selbst entstammen der Hausmarke Argus und machen tatsächlich einen überzeugenden Job. Gefühlt sind sie zwar einen Ticken lauter als meine bisherigen Silent Wings 2 von BeQuiet, dennoch kann man sich über die Kühlleistung und Lautstärke wirklich nicht beschweren. Farblich sind die Gehäuselüfter mit den vorderen LEDs und dem LED-Streifen über der Netzteilabdeckung synchronisiert. Dies funktioniert über eine bereits angebrachte PCB-Platine auf der Rückseite des Kabelschachtes. Das sieht auf den ersten Blick nicht nur verwirrend aus, denn das ist es auch. Zwar ist grundsätzlich alles bereits fertig angeschlossen und die Anleitung selbst besitzt einen eigenen Abschnitt darüber, dennoch habe ich da etwas länger als erwartet dran gesessen. Angeschlossen wird dieses an den CPU-Fanheader auf dem Mainboard, wodurch alle installierten Lüfter nach der CPU-Temperatur geregelt werden. Bei Interesse können auch noch zwei weitere Lüfter an der Platine installiert werden. Dabei tauchte bei mir das Problem auf, dass die Lüfterkabel teilweise zu kurz waren, um hinten an der PCB-Platine angeschlossen zu werden. Für den Arbeitsaufwand sieht das Gehäuse aber auch wie erwartet mehr als eindrucksvoll aus. Es gibt sieben verfügbare Farben und zwei verschiedene Modi, die über den Knopf am Gehäuserand durchgewechselt werden können. Dabei könnte ein wenig störend auffallen, dass sich die Helligkeit nicht regulieren lässt. Gerade bei nächtlichen Sessions kann das Gehäuse durchaus blenden, vor allem dann, wenn man den Rechner auf Augenhöhe stehen hat. Die einzige Option ist dann, die komplette Beleuchtung abzuschalten, was zwar funktioniert, aber doch im Sinne verbesserungswürdig ist. Wie erwähnt bietet das Gehäuse im Inneren mehr als genug Platz. Unterstützt werden Grafikkarten bis zu einer Länge von 39 cm und CPU-Kühler mit maximal 16,5 cm Höhe. Falls die Grafikkarte anfangen sollte, etwas durchzuhängen, liegt im Lieferumfang noch ein Grafikkartenhalter bei. Wer auf Wasserkühlungen steht, hat Platz für Radiatorengrößen von 120 bis 140 mm. Was aber besonders von dem großräumigen Design profitiert, ist das Kabelmanagement. Es gibt zahlreiche Auslassungen, mit denen sich die Kabel nach Wunsch an mehreren Stellen aus dem Innenraum verstecken lassen. Das klappt hervorragend und lässt sich wohl selbst von Laien einfach durchführen. Dementsprechend verlief der Einbau der Hardware zügig und tatsächlich ohne irgendwelche Probleme. Wie auch schon beim N21 lassen sich SSDs hier entweder sichtbar im Gehäuse oder auf der Rückseite des Mainboardträgers installieren. Die HDDs hingegen lassen sich in kleine Plastikrahmen zwängen, die dann platzsparend verstaut werden können. Dabei könnte die Lasche zum Rausziehen durchaus etwas stabiler sein, aber im Großen und Ganzen funktioniert das dann auch so, wie man das erwartet. Erfreulich hingegen waren die einfach entnehmbaren Staubfilter am Deckel sowie unter der Gehäuserückseite. Das erleichtert das Säubern dieser doch ungemein und die bunten Gehäuselüfter kommen dadurch noch eindrucksvoller zur Geltung. Insgesamt ist das Gehäuse also wirklich solide verarbeitet, nichts wackelt, es gibt keine hässlichen unlackierten Stellen am Gehäuse und die Echtglasfront ist fucking nice. Einzig die scharfen Kanten am äußeren des Gehäuses sowie das etwas biestige Metall-Side-Panel haben mich ein wenig gestört. Letzteres ließ sich jedoch mit ein bisschen Geschick und Glück und Gewalt wieder richtig dranschieben. Vielleicht habe ich auch einfach nur linke Daumen bei sowas. Damit bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Lohnen sich die knapp 100 Euro für das Gehäuse und wenn ja, für wen? Nun machen wir es kurz. In meinen Augen ist das Gehäuse sein Geld durchaus wert. Man muss jedoch bedenken, dass es verhältnismäßig viel Platz einnimmt, die Oberflächen sehr anfällig für Fingerabdrücke sind und nicht jeder letztendlich so viel Platz benötigt. Legt man andererseits Wert auf Raum für Kabelmanagement, ein schlichtes aber stilvolles Design, eine schicke Beleuchtung und vorinstallierte Lüfter, dann kann man mit dem M908 nicht wirklich viel falsch machen. Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.